Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Singleplayer doch nochmal, noch nicht mit Conny zusammen, ich wollte in die Höhle gehen. Das ist ja schon die Höhlenmusik im Hintergrund. Fackeln, dazu sprach ich Fackeln will ich doch. Weizenkörner. Wo ist das Weizenkörner? Junge. So, ich nehme mal das hier mit, Holz kann man immer ein bisschen gebrauchen. Okay. Nehme mal noch ein bisschen Fichten. Habe ich kein Eichentum? Nehme auch ein bisschen. So. So. Nehme. So. Zwöl. So. So. Okay. Essen. Trotzdem will ich natürlich wieder nicht, ähm, muss ich wieder Essen suchen. Wetten, ich hab nicht mal hier essen? Nein. Nein. Ich hab kein Essen. Ich hab keinen Essen. Junge Scheiße. Nein, 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 nein. Auch kein Essen. Ich find's schade, dass man Kartoffeln und Karotten, dass man die nicht so findet, dass man die nur in einem NPC dort findet, beziehungsweise wenn man Zombies tötet, findet man auch mal regnend, äh, droppen dir auch manchmal Karotten. Aua, Junge. Oh, mein Leben regeneriert sich trotzdem. Immer noch. Oh, boah, ich saß ein Schweinskind. Oh, das ist mein Junge. Lass doch mal hier, du Spaß, du. Oh, hallo. Hau doch mal nicht ab, du Mongo. Oh, hallo. Drei, das reicht. So, dann geh ich gleich mal in die Höhle, wenn das hier ne richtige Höhle ist. Wetten, hier war ich schon mal. Ach, ja. Die epische Höhle. Geh ich halt wieder zurück und geh zu der Höhle, die ich da mal erkunde. Da geht's ja auch noch weiter. So. Jo, ich hab gerade mal eine Ahnung. Steinspitz. Junge. So. No, die sind voll. Ich bin jetzt wieder. Ich bin jetzt noch ein wenig, was ich habe. Ich bin jetzt vielleicht schon mal ein paar Höhle, die ich hab. Und wie sagt, mein Leben regeneriert sich trotzdem, obwohl ich ziemlich viel Hunger habe. So, warum hier? Oh, da hab ich ein bisschen Snapshot gemacht, war ja wieder so klar. So, ähm, wo bin ich da? Höhe zwölf. Elf, zehn, neun, acht, sieben. Ah, hier unten war ich ja schon mal einen Gang. So, aber hier war ja der wohl schon alles. Und wie ist es, wenn ich... Ja, hier war ich auch schon. Wenn ich hier war, wenn ich da war. Da war Lara, oder? Junge, ich weiß es echt nicht mehr. Weißt du, ich brauche jetzt einfach hier rein. Ich habe keine Schaufel mit mir. Stumm bin ich denn. Egal, dann nehme ich dann halt die Hand. Wie gesagt, es ist halt noch kein Together mit Conny. Da wird noch keine Zeit haben, aufzunehmen. Warte. Warte. Warte... Warte. Warte. Warte, dann habe ich das zu. Aber es kommt halt gleich das noch. Solches Zeug liebe ich ja immer. Einen Spaß jetzt mit einem Kuss. Oder ist mein Ehemann ein Kuss. Ich wollte nicht rufen, aber eigentlich noch ganz neu. Was erzähl ich? Klappe grad Mist. Ne, wann war'n das? Ne, da war ich schon sechste Klasse. Jemand aus meiner Klasse behauptet, man bräuchte eine Eisenspitze, um in Minecraft Eisen abzubauen. Aber das ist ja total unlogisch, weil wenn man kein Eisen hat, wenn man... Wenn man aber Eisen braucht, um Eisen abzubauen. Wenn man dann Eisen abbauen. Hm, komisch, ne? Ne, was ist das? Oh Leute, was ist denn hier los? Wie viel Gravel ist hier? Ah, da haben wir doch gleich ein Eisen. Ja, ein... also... Zwei... Drei... Bisschen uns haben wir doch. Wollt mich schon wieder aufregen. Leute, Leute, Leute... Äh... So. Wie viel Eisen haben wir? Sechs. Oh, das ist direkt da unten, dass ich, glaub ich, so nachgucken kann. Aber ich hab noch... Oh, Red Star. Brauchte Eisenspitze, zack. Ich bin dumm. Ich hab aber Kohle mitgenommen. Boot Club. Zack. So, die heb ich mal auf, um mir ein Stöckchen zu craften, falls das nötig ist. Und dann machen wir... Zack. Das waren gleich fünf. Ich brauch nur einen. So. Hauen wir das hier rein. Und die Kohle. Boah, ich bin dabei schon mal weiter hier dran. Boah, schon wieder acht Minuten, jung! Also die nächste Folge, hoffe ich, oder die nächste oder übernächste Folge müsste dann mit Conny sein. Das ist halt schwierig. Wir müssen halt beide Zeit haben, um aufzunehmen. Bei einem Singleplayer besser. Oder einfacher. So. Boah, ist das, was hier geworden ist? Und schon gebrannt hat. Jedenfalls. Siehst du? Immer da. Zack, zack, zack. Ich bin dumm. Das heißt, das bräuchten vielleicht mal Stöcke. Vier Stöcke. Noch mal. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Eine Eisenspitze. Dann machen wir auch eine Schaufel. So. Jetzt haben wir das. Jetzt wird das hier weggebaut. Ja. Schön. So. Jetzt tutieren wir das Inventar. Die Kohle kommt zu hoch. So. Ich lasse mir die Steine nicht zack. Aber die Eisen packe ich schon mal innen. Fuckin' voll natürlich. So. Und so ist es gut. Jetzt kommt es geht. Das brauche ich natürlich auch. Jetzt kann ich mir gucken. So. Junge. Schon zehn Minuten. Ich bin schon nicht scharf, ey. Oh. Jetzt kriege ich ein SMS, meine Eltern, noch mal laut. Kann sein, dass ich mich dann mal muten muss. Ich will zum ersten Mal in einem Manuetsplay, dass ich mich muten muss. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich habe jetzt auch ein neues Mikro. Ups, jetzt bin ich natürlich gerade an den Ständer getreten. So, in der Decke ist nichts. Hier muss irgendwo eine Höhle sein. Ich weiß es halt nicht, ob hier irgendwo eine Höhle ist. Trollolol. Yeah. Jetzt darf ich mal eine Eisenspitzsack verwenden. Juhu, freut mich. Moment, ich baue mal die Erde ab. Den erfindet sich immer hinter der Kiesluss und der Erde ist auch in der Kiesluss. Oh, wieviel Erde ist hier. Ist immer so dunkel? Ich mag es überhaupt nicht. Ich hab doch Optionen, Grafikenstellung... Ich hab auf... Öh, da hoch. Das ist echt Gold. Brauche ich doch nicht herkommen. Und ich kann natürlich nicht die Wacke ab. Und Kohle. Hm, was ist da? Hat sich doch gelohnt. Nein, das sind Dias, Junge! Dias! Das war nicht zu wenig. Und Junge, noch mehr Dias. Sechs Dias. Juhu. Ey, Alter, hätte ich das nicht abgebaut. Ich meine, da hätte ich es nicht gemerkt. Aber Junge, hätte ich das auch noch mal nicht abgebaut. Hätte ich jetzt sechs Dias? Zehn Kohle? Nein. Doch. Und 15 Gold weniger. Hm. Dann wär ich schön blöd gewesen. Ich guck mal, ob er da ist. Das ist herrliche Redstone. So. So. Junge, das läuft sowas von. Ja, hätte ich mit Kuni aufbauen, wäre ich wirklich in die Höhle gegangen. Und ich hätte alles nicht gefunden. So. So. Hier ist nichts mehr. Deswegen kann ich jetzt hier schon wieder zubauen. So. Hier markieren. Hier war ich. Das seh ich dann aber da. So. Jetzt kann es hier weiter gehen. Also wenn ich jetzt irgendwo Erde finde. Immer. Aber. Guck mal. Warum werden wir jetzt alle... Junge? Ich könnte mir den Enchanting-Table bauen. Wartet mal. Ich habe jetzt nicht mal lange Zeit, deswegen rennt ich jetzt schon mal zurück. Ich habe auch keine Stöckchen mehr. Hm. Ich brauche Obsidian. Wartet mal. Fünf. Obsidian. Ein Dea. Oder? Fünf Obsidian. Ein Dea. Und ein Buch. Ein Buch mache ich erst drei Seiten. Eine Seite mache ich auch. Junge, hier ist aber kein Platz mehr zum Abbau. Weil kein Obsidian mehr habe ich vorne. Aber ich habe halt keine Zeilen mehr. Ich muss eben mal so nachgucken. Wie man sich craftet. Aber so ungefähr war das. Was? So. Er wird nicht sterbisch, weil jetzt gerade Nacht ist. Und es ist gerade... Ich sehe es nicht. Ich hoffe nicht Nacht. Nein, es ist zwar. Gut. Uh. Jetzt habe ich so viel Erde. Jetzt sind meine ganzen Eingänge. Jetzt habe ich so viel Erde. Jetzt kann ich meine ganzen Eingänge gezogen. Aua. Dort ist auch falsch, der Weg. So, hier der Eingang. Das ist einfach nur so eine Verunstaltung meiner gesamten Welt. Fuck. So. So, jetzt gibt es ja noch einen Eingang. Und zwar den hier. Hier hinten, hier ist auch... Was ist das hier noch? Hier ist noch ein Eingang. So, so ein Pinder da. Komm mal zu hier. Okay. Hier wurde er vorgeschlagen, im Vollbildmodus zu spielen. Aber da ich nur ein Bildschirm habe, kann ich jetzt halt die Musik nicht weiterspielen. Das ist dumm. 18 im Prinzip durch Loch hier nur entstanden. Durch die verkackten Kripper. So. Feinde. Moment, kann ich das konfrontieren? Hier auf jeden Fall kommt es jetzt zu dem Wertfenster. Eisen und hier. Ähm. Warte. Da gehört eh nichts mehr. Kann ich mir das auch noch Rüstung bauen. Nur hier drei. Okay. Ich glaube, da muss ich hierher kommen. Das macht doch mehr Schutz als Leder. Hier ist meine Hose. So. Dann machen wir hier noch drei. Das reicht nicht. Vier. Und ich teile das mit euch zwei. So halbwegs. So, wie es geht. Das sind schon hier fast 20 Minuten. Das ist der zweite Weihnachtszeit. Das heißt, es ist hier Rutsweihnacht. Ich nehme Schuhe. Das ist vier Stück. Zwei. Hm? Ja. Junge. Ähm. Ja, jama, 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 jama. Komm schon, ich will das jetzt nach Craft in dieser Folge. Schuhe. Schuhe. Also zwei. Wie sehen wir, wie viel ich noch rauskriege? Lederjacke. Vier habe ich jetzt. Daraus kann ich nichts mehr kommen. Nein, ich brauche acht. Kann ich mein Gold? Ne, ne. Warte mal, ich habe ein Gold per Fug. Ich habe neun. Ich habe jetzt noch nichts mehr. Moment, ich habe wie viele, wie viele, wie viele, ich habe jetzt noch nicht zu sein. Nein, ich brauche vier, um mir ein Gold, glaube ich, äh, um mir ein Baum zu machen. Äh, ich brauche nur ein, also bringt das auch nichts. So. 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 Ja, mir habe ich jetzt eigentlich nichts zu sagen. So. Außer. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Und weiter geht's hier mit diesem, das nächste Stück mit Conny. Dann ist Weihnachten vorbei und dann sind wir hier. Die Weihnachtstextur. Oder? Und auch diese Textur, äh, die sind wir zu. Bis dahin. Tschüssi.